Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Redshare & Clank. Heute gehen wir in die Gruft runter, wie es aussieht. Was uns da erwartet? Keine Ahnung. Ganz viele Monster. Und Geld. Ja, dieser Ort ist... Wahnsinn. Oder riesig, ja. Wenn du uns dorthin bringst, komme ich hinein und kann die Karte suchen. Okay. Das sieht schon böse aus, da. Äh, Gary, sind wir falsch abgebogen? Wir sind in einem riesigen Ruhr, das stinkt wie Schnaggelmonsterunterhosen. Die Aquädukte. Von dort sollte eine Schleimspur zu den Katakomben führen. Das ist ein, äh, Nebenprodukt von, äh, ach, nicht wichtig. Der Schleim. Okay. Wir kommen her. Oh, ich habe Angst, dass jetzt irgendwas abstürzt. Masi, 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 Masi. Gut, dass hier immer irgendwo eine steht Okay High Burst Nein Müssen wir nicht Bye Bye Okay, hier lang Komm schon, komm schon, wir sind fast da Hier gibt es keine Möcke Okay Ja, wäre, wenn es gehen würde Da ist eine Möcke Ja, ich will natürlich irgendwie alles mitnehmen Okay Oh, hi Mönche Das ist sowas von eindeutig eine Arena, Leute Das ist so eindeutig eine Arena Äh, kann ich hier irgendwo verbessern? Nein Äh So Dann Stunnen So Dann Pilze So Und jetzt Schaden Äh Ich hab mich verdrückt Ich lieb meine Hundis Wisst ihr das Ihr Hundis Äh Dann wieder Stunnen Okay Und dann wieder, was nehmen wir? Ein paar Pilze noch dazu Zum Ablenken Und Raketenwerfer Zum Schaden Ich hab ne kleine Armee Ihr Spalt ist geschlossen Habt Dank, Reisende Wir müssen weiter zu der Anomalie Wir müssen Passt auf euch auf Ratchet Clank Wir sind auf dem Planeten Habt ihr die Karte? Ich werde die Karte schnellstmöglich holen Du schaffst das, Bones Wir töten uns unten Wir haben den Imperator unterwegs nicht gesehen Ach, ich fürchte, er ist direkt unter der Erde Oh nein Er ist schon hier Na Hundis? Wir müssen weiter zu der Anomalie Ja Ich geh schon Let's go Anomalie Oh Das ist wieder das Keine Sorge Clank Du hast das schon gemacht Und jetzt sprichst du in der zweiten Person Die Ratchet Wenn er gestresst ist Oh je Oh egal Einfach einen Schritt nach dem anderen Wie Geri sagte Ein Schritt nach dem anderen Dann die Dimensionskarte holen Okay Ich muss zuerst hier Ich muss hier beschweren Ja gut Ist ausgewählt Dann Hier Äh Habe ich noch Beschwerungs Ups Okay Jetzt rennen die da hinten runter Oh Und ich kann hier hoch Ach gut Ich weiß Ich weiß sie sind nicht real Aber ich möchte meinen Möglichkeiten danken Dass sie mich die Dimensionalität gelehrt haben Äh Vielen Dank Ähm So Nachlängs Okay Geht sich das jetzt aus Ja Sollte Gehen die da durch Ja Perfekt Ich habe es mittlerweile raus Wie das funktioniert hier Okay Hier rüber teleportieren Nächstes Wie viele sind da? Oh Mama Dieses Wissen Ich glaube Dass ich endlich Bald alles verstehe Und die Lösung Zur Rettung Der Dimensionen Finde Okay Wart Wechsle mal hier rüber Könnt ihr das kaputt machen? Okay Da geht noch gar nichts Hier muss noch irgendwas Kann ich die so kaputt machen? Nein Geht leider nichts Okay Ich brauche zuerst mal die Kugeln hier Damit dürfte es leichter werden Die Dimensionskarte in einer Anomalie zu verstecken ist Okay Echt ein Geniestreich Klasse Gary Ups Nein Wie wird das aktiviert hier eigentlich? Über das hier? Ich muss doch da rüber kommen, oder? Ja Zuerst mache ich das hier Aber ich brauche die wahrscheinlich Was ist da drin? Hier Aber ich kann hier halt nichts Ich kann doch nichts machen Okay Ich mache das mal Okay Okay Dann gehen die da rüber Gut Dann kriege ich das Beschleuniger Ist das Okay Mit dem Beschleuniger kann ich die da glaube ich durchrennen lassen Wenn es mich nicht ganz täuscht Ja Okay Jetzt habe ich zwei Beschleuniger Jetzt habe ich zwei Beschleuniger Hier brauche ich nichts mehr Jetzt kann ich Ah, okay, ja Verstehe Oder? Ja Hier Ach, das geht gar nicht Dann reicht das nicht aus Beschleuniger Doch Gut Ich hatte nur das Falsche Wenn der Imperator in den Besitz der Dimensionskarte gelangt Kann er überall Terror verbreiten Äh Er könnte einfach alles erobern Die müssen hier Okay Die fliegen hier rüber Wenn ich hier jetzt aber so Die müssen weiter fliegen Das heißt Ich brauche anderes Zeug Reicht die Beschleunigung dafür nicht aus? Oh Könnte sich das ausgehen? Ja, das geht sich aus Und was ist hiermit? Okay Und dann springen die wieder Kommen die drüber? Ja, sie kommt drüber Nein Äh Ja, okay Verstehe Ich dachte, schwere Kugel Vielleicht geht sich das besser aus? Dass sie unten durchgehen? Nein, geht auch nicht Hä? Wie soll das dann gehen? Ich habe da oben ja nur einen Platz Entweder drüber oder drunter Was macht das noch mal? Kann ich... Kann ich da oben irgendwas machen? Dann sollte es passen Ich kann da ja was reinballern Ja, jetzt ist es schwer Sie sind klein Und kommt durch Okay Okay Andersrum Okay Äh Jetzt muss es aber gehen Jetzt muss es aber gehen, oder? Ja 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 Sie kommen durch Einer ist nicht durchgekommen Alter, das kompliziert auch manchmal Schaut mal Geschafft Okay Ja, was wird das... Danke Jetzt wird's elektrisch Da muss elektrisch hin Da muss springen hin Oder wie... Oder was hier oben Okay Okay, ich muss mal hier rein Hm Wirst du der Ratchet zu sich sagen? Tief Luft holen Ich muss daran denken Dass ich bis hierher gekommen bin Und statistisch gesehen Ist es wahrscheinlich Dass ich den Rest auch schaffe Was passiert dann? Ja, okay. Okay, dann geht er automatisch hoch, oder? Sobald das... Ja. Okay. Ich brauche jetzt hier Strom. Ich kann es schaffen. Ich werde es schaffen. Äh. Gut. Blöde Frage. Wie komme ich da hin? Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen? Hier flie... Ich kann hier nur eins... Himpacken. Hä? Wenn ich hier... Hä? Ich komme hier halt nicht rüber. Einfach so. Ach, hier vielleicht. Aber mir fehlt hier Speed. Warte. Zeitlupe? Na, das bringt mir gar nichts. Das ist Zeitlupe. Nein. Ach. Wart mal. So. Strom? Äh. Kann ich hier was reinballern? Okay. Okay. Äh. Okay. Kann ich da was rein platzieren? Nein. Hä? Bin ich? Das ergibt doch keinen Sinn. Wie soll ich da hinkommen? Ja, hier kann ich... Hier kann ich hier rüber gleiten. Wenn ich schwere Ding... Das schwebt ja, oder? Nein. Nein. Aber wieso ist hier so ein Ding... Nein, das geht nicht. Fliegen die vielleicht höher als ich? Wie komme ich da ran? Es muss doch irgendwie... Eine Lösung geben. Oder muss ich das gar nicht? Ich muss ja nur da drüben durch. Okay. Doch, ich brauche... Feder. Ich brauche die Feder. Ich brauche die Feder. Ich brauche... Okay, okay. Äh... Okay, die... Wenn die da raufkommen, dann komme ich da auch rauf. Loll. Ey. Mega. Wir müssen auf jeden Fall erneut gegen den Imperator kämpfen. Aber dieses Mal wird er uns nicht überraschen. Hä? Okay, äh... Okay. Das sollte reichen. Hahaha. Alter. Das war jetzt mal ein Rätselzeug hier. Meine Güte. Ich weiß, wie man die Katastrophe stoppt. Und wir kriegen auch bald die Dimensionskarte. Ja, die Dimensionskarte. Alter. Ich habe auch die alten Folgen mal angeschaut. Äh... Alten Folgen. Was es noch so gibt. Äh... Die anderen Spieler. Da waren die Rätsel wesentlich schlimmer als das hier. Ratchet. Ich habe sie. Hurra. Jetzt her damit, sonst schicke ich den Kopf seines Freundes auf Torren 4. Hehehe. Hehehe. Keine Sorge. Ich veranstalte ein Public Viewing meiner Eroberungen im Sarduk Gefängnis. Wir müssen... Hahaha. Oh oh. Oh oh. Flieh. Fliehen? Das ist die letzte Chance ihn zu stoppen. Oh. Sie macht's. Kit. Tut mir leid. Kit. Oh Gott. Sie war der böse Roboter. Sie war der böse Roboter. ... Überschelang... Du. Das warst du. Diese? Kids. Agh! Was machst du denn hier? Ah! Ah! Ach, kiddo. Oh, kiddo. Oh, that's... Oh, kiddo. Oh, kiddo. Oh, kiddo. Oh, kiddo. Wir sind hier draußen keine Wachen. Das Verarbeitungszentrum sollte direkt da vorne sein. Bitte seid noch da, Leute. Okay. Wir haben wieder genug Geld für eine neue Waffe. Ich nähere mich dem Gefängnis. Es kommt langsam alles wieder. Ist das Schrott-Bot? Ich fühle mich heute recht. Schrocken! Okay. Warte, ist hier noch was? Ich habe Kristalle übersehen. Äh, nicht hier. Lol. Wie komme ich da dann ran? Okay. Und das sind einige. Da war noch ein. Da vorne irgendwo. Da. Einfach einer. Das waren jetzt vier Kristalle. Das ist richtig gut. Jetzt habe ich mich noch gerettet. Ja? Brauche ich hier gar nicht. Ah, Miss Zorkon. Komm mit Miss Zorkon ins Geschäft. Ah, die Sniper hätte ich gern. Spare ich auf die Sniper? Aber jetzt hier. Rakete. Oder was brauche ich noch? Die anderen Raketen. Da kann ich ja leider nicht mehr. Sorry, ich habe keine offenen Zellen. Ah. Da. Immer noch nicht freigeschaltet? Okay. Hier könnte ich noch ein bisschen. Oh ja, den. Schüsse finden ihr Ziel leichter. Okay. Bin ich gut. Ist er auch fertig, glaube ich. Ja, sollte ich auch mal. Hier weiß ich nichts. Wird sich auch lohnen. Ja, hier die zwei. Da sollte ich noch rein investieren. Das hier so ein bisschen. Gut. Ja, das Ding ist, ich könnte jetzt eine Waffe kaufen. Klinge interessiert mich nichts. Eis. Nein, nicht wirklich. Obwohl. Ja. Aber 40 für eine Sniper. Ich hätte gerne eine Sniper. Okay. Was ist jetzt? Was ist jetzt los? Das kann ich da nicht. Äh. Blöde Frage. Wieso geht es da jetzt nicht? Hä? Bin ich jetzt? Bin ich jetzt? Hä? Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ist hier noch was? Doch, hier ist noch was. Ich gehe zum Verarbeitungszentrum. Oh nein. Gott ist so schützend. Hm. Davon habe ich eben mal getrun. Komm, wie sie sind. Oh nein. Okay. Okay. geht es auch noch weiter ok noch ein schraubenschlüssel schrauben dass die rüstung ja darüber kann man streiten das hier jetzt aha okay ach okay wie komme ich wieder rüber ups ich habe mich vertan ich habe mich vertan leute mrs zircon ja ich verpässe da jetzt noch paar sachen ja komm hier raritanium dann leute vielen dank fürs zu sehen lasst ein like und ein abo da würde mich auf jeden fall freuen wir sehen uns in der nächsten folge wie hier ja mrs zircon alles gut ja like und abo und einen netten kommentar und die glocke dann verpasst ihr auch keine folge mehr und tschau tschau habe ich lieb bis zur nächsten folge ja 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 Vielen Dank.